Weiter geht's mit Resident Evil Zero und zwar morgen Abend im Livestream ab 20 Uhr auf Twitch. Ich bin gespannt, sind wir bereits auf der Zielgeraden oder nicht? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber wir werden es herausfinden. Vielleicht ist morgen schon das grande Finale oder auch nicht. Seid gespannt, ich bin es auf alle Fälle und ich wünsche euch jetzt an der Stelle einen schönen Start ins Wochenende und dann sehen wir uns hoffentlich morgen Abend im Livestream auf Twitch. Macht's gut, bis dahin. Servus.